Olaf Scholz steht massiv unter Druck. In einem Gastbeitrag für Fokus Online analysiert Gabor Steingart, warum einiges für ein baldiges politisches Ende des Kanzlers spricht. Steingart weist darauf hin, dass Scholz' Bilanz nach drei Jahren Kanzlerschaft verheerend ist. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Wirtschaft stagniert. Die berühmte Frage der Wähler, ob es ihnen heute besser geht als zu Beginn der Legislaturperiode, könne kaum jemand positiv beantworten. Hinzu kommen Scholz' historisch schlechte Umfragewerte, die die SPD in ein Dauertief gestürzt haben. Politiker wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter kritisieren Scholz öffentlich. Eine mögliche Alternative sieht Steingart schließlich in Verteidigungsminister Boris Pistorius, der bereits als beliebtester Politiker gilt. Mit Pistorius könnte die SPD einen schlagkräftigeren Kanzlerkandidaten präsentieren. Scholz hängt in den Seilen und die SPD muss sich entscheiden. Weiter mit Scholz oder neu anfangen mit Pistorius.